Hallo und herzlich willkommen zu Magie des Lebens. Ich freue mich total, dass du heute da bist und dass du mir die Gelegenheit gibst, dir ein wenig über die Inka-Tradition zu erzählen und das, was dich in diesem kleinen Online-Kurs erwartet. Übrigens, mein Name ist Hans-Martin Beck und ich bin Experte dieser Spiritualität der Inkas. In Magie des Lebens führe ich dich zunächst ein in das Weltbild der Inkas und ich verspreche dir, du hast diese Art von Weltbild so noch nie gehört. Auch wenn du Yoga praktizierst, wenn du vielleicht Buddhismus kennst, die Inkas hatten ein ganz anderes Weltbild und das war sehr, sehr stark an die Natur und die Abläufe der Natur angelehnt. Und mir hat dieses Weltbild so geholfen, weil ich zum allerersten Mal erfahren habe, dass alles in dieser Welt im Überfluss vorhanden ist. Ich muss nur lernen, mich mit diesen Energien des Universums zu verbinden, um den Überfluss zu mir zu holen und mich damit aufladen zu können. In dem Kurs Magie des Lebens zeige ich dir aber auch drei Übungen, die dein Leben und die Lebensqualität deutlich verbessern werden. Denn bisher ist doch klar, haben wir auf Situationen, die im Leben passieren, immer nur drei Möglichkeiten. Wir können die Situation erdulden, wir können sie aushalten, wir können davonlaufen oder im schlimmsten Fall, wir schlagen eben zu. Aber durch die Übungen, die ich dir in diesem Kurs Magie des Lebens zeige, erschließen sich dir drei neue Möglichkeiten. Denn du kannst anfangen, die Energie deines Gegenübers zu verändern, nicht zu manipulieren, aber du kannst sie verändern und leichter machen, sodass dein Leben leichter wird. Du kannst dafür Sorge tragen, dass in einem Moment des größten Chaos und wenn alles um dich herum tobt, eine innere Ruhe in dir ist. Und du kannst mit der dritten Übung lernen, wie du, wenn du kraftlos bist, wenn dir der Mut fehlt, du dich aufladen kannst, um das zu tun, was getan werden muss, was du tun möchtest. Mit dem, was die Teilnehmer bisher mir geschrieben haben, glaube ich und bin ich mir sehr sicher, dass sich dadurch dein Leben verändern wird, dass du ganz neue Möglichkeiten für dein Leben sehen wirst. Und darauf freue ich mich riesig. Also, melde dich an. Wir sehen uns bei Magie des Lebens.